Herzlich Willkommen zurück, Leute! Neue Runde Fortnite Battle Royale mit Kunran, Alex und der Wurm ist wieder mit dabei. Guten Tag, hallo! Der doofe Wurm. Nein, klatsch. Hey, der liebe Wurm. Ein süßer Kerl. Schwurm, Wurm sag ich immer. In der Schule haben sie immer gesagt, ich bin sehr lieb und sehr höflich. Was Besonderes. Darin sind wir nun für, dass es voll der Spaß ist. Ein besonderes Kerl. Wie ist unser Kind in der Schule? Ja, besonders. Ich glaube eine AK und ein M4 noch übrig. Wo? Bei mir hier. Wo? Ich habe damals, in der Schule, immer versucht... Kennen Sie das? Gab es zum Beispiel bei euch den Rechenkönig? Alter. Habt ihr auch euren Namen getanzt? Nein, aber am Buchstabentag den Buchstaben, ja? Das klingt jetzt so doof. Ja, lieber auch für dich. Aber... Sonst würde ich schnell wegrennen. Aber der Buchstabentag war ja, wenn du halt in der Grundschule bist und du nicht alle Buchstaben hast, dann wurde am Boden so mit Klebeband der Buchstabe geklebt und du musstest dann so nachgehen, so dass du... Also das Buchstaben tanzen. Das ist übrigens auch schon. Naja, die kämpfen da. Bei dem Roten Haus. Er war halt entfernt vom Tanz, aber... Und... Aber... Der Rechenkönig war halt... Zwei stehen auf, ja? Eine Rechenaufgabe wird gesetzt. Er ist drin im Haus. Dann würde ich wohl wieder einschreiten, mein Freund. Zwei down davon. Noch, hab auch einen. Okay, einer noch. Einer ist unten, ein schwarzer Skin unten rechts in die Tür reingegangen. Irgendwas schießt den mit Pfeilen? Ja, der ist... Den hab ich gedown, der ist gedown mit dem schwarzer Skin. Der ist reingerutscht. Der wird wahrscheinlich aufgehoben. Der ist oben drin. Er schlürft. Ja. Nein, die Jungs hat gekämpft, nicht getrunken. Oh. Äh. Ich hab auch... Ich verfehle hier alles. Hallo. Hast du ihn? Hallo. Hallo? Ich hab einen. Holy shit. Ich hab einfach alles verfehlen. Wir haben alle, glaube ich. Ich hab zwei Kills gekriegt. Nee, warte mal. Aber... Falle, Falle, Falle. Das war ne Falle, oder? Ey, hier ist noch ein unten. Ihr hilft dir um. Wunder, wo ist er? Hier. Da ist ne Falle drin im Haus. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Habt die? Ja. War das die? Wir haben gleich alle. Standard-Frauen-Skin? Äh, ja. Ja. Aber die haben wir richtig... Zermürbt haben wir die. Uh, das wär echt übel, wenn die Fallen One-Shot sind. Also One-Peak. Was auch immer. Wie nennt man das denn dann? One-Hit. One-Peak. Die Falle ist immer noch da. Nur falls einer hier gleich noch reinkommt und sich denkt, ja nice. Conan, zwei Kills hab ich geholt. Ich hab daneben gefützt. Aber das macht nix, Conan. Hier oben ist noch ein 50er Schild bei mir. Ah, wo? Oben im Dachboden, da sind da noch ein paar Waffen. Der Alex hat's am... Alex! Am nötigsten. Der Alex hat's wieder nötig, ja? Der Alex hat's wieder nötig, ja? Oben im Dachboden. Ja, da, wenn ihr das Dach kaputt machen würdest. Da wo... Ne, hier. Ich komm hier die Treppe hoch und dann direkt erste Teil. Da wo wir die gedownt haben. Die ersten. Hier. Unter der Treppe jetzt. Versuch der Armbrust immer wieder eine Chance zu geben. Aber ich werd nicht warm mit dir. Ähm, Salty Spring, ähm... Da wo... Nein. Oh! Auf die Entfernung getroffen. An der Factory jetzt. Ne Vierergruppe. Vom Dusty D. Ich hab einen mit der Handling-Rifle gehittet auf die Distanz hier. Das war nicht schlecht. Dann mal hin da, wa? Ja. Der hat den Bullet-Drop. Weniger ist die Sniper-Optik, glaub ich. Gleich wie wir die Sniper, würd ich sagen. Ja, ich denk, die ist auch eins zu eins gleich. Aber es sieht halt nicht so aus, weil du nicht scopes. Ja, genau. Deswegen denkst du, weil du ja die Distanzen nicht so leicht einschätzen kannst. Irgendwann die hat weniger. Baut einer. Ja, das war gut, ja. Ach und zu. Ja. Einer ist von rechts. Ja, einer ist rechts. Einer ist rechts, einer links, einer in der Mitte. Speed-Tag einfach. Okay. Er ist low. Er ist richtig low. Ja, ja, ja. Sechziger-Hit einer. Sechziger-Shield-Hit. Die rennen weg. Die lassen den zurück. Meinst du das? Der hat noch nicht töten. Der hat nichts. Lass eben der einer suchen. Von links kommt noch einer. Zwei sind rechts schon weg, einer ist noch links. Der oben auf seinem Dach. Ja, oben auf seinem Dach. So. Normalerweise. Nicht jetzt. Ich stand nämlich auf dem Dach. Ach so. Ja, Entschuldigung. Ist der hinten noch in dem Gebush da? Dami? Nein. Nein. Moment. Der war alleine. Der gehört nicht dazu. Der gehört nicht dazu. Hier auf Alex Dach ist auch noch einer. Direkt vor dir, Dami. Und auf Dami. Der ist ja immer noch da. Ich hab noch einen. Einer fehlt noch. Der auf meinem Dach wird das sein. Er ist reingesprungen anscheinend. Nicht zu sehen. Das ist interessant. Aber es ist gut zu wissen. Es ist gut zu üben. Nicht da. Vorsicht fallen. Ich geh mal noch hier und loote den. War der anscheinend, oder? Ja, dann ist der vielleicht rüber gelaufen. Aber meiner war nur down. Richtig. Der lebt noch. Vor uns wird gebaut Nordwesten auf den anderen Lagerhallen da hinten. Ich sag's nur. Ich schieße da oben. Kommt er nicht. Komm zurück erstmal Kapuze. Wie viele Shotgunschüsse habt ihr? Ich hab 5. 17. 52. Hat er grad gebaut. Auf der Halle von Alex jetzt. Ja. Er hat nur ein Dings. Deswegen. 60er Schildhit. Das ist ne ganz andere Gruppe. Hier vorne. Einer down. Ich hab auch einen down. Ich bin aber super low. Einer kommt hier von links. Einer ist unter uns. So ein Borderlands. Dude. Ja. Habe ich gedowned hinter mir. Muss mich wieder heilen. Soja. Ist ein Borderlands. Dude. Ne. Es war ein normaler. Es war Borderlands für dich wahrscheinlich, weil du es mal umgesehen hast. Das war. Ist okay. War der. Genau. Rakete. Der ist immer noch da. Darlow komm. Go. Harien. 28. Hunderter. Ja. Ja. Wir haben alle. Jetzt noch die die Kapuze meint oder? Hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns. Hier liegen noch eine grüne AR und Mini Schildtränke. Wir brauchen ein bisschen Money. Grüne AR habe ich auch. Sorry. Alles gut. Die haben einen anderen Kampf dahinten anscheinend. Hat wir bis zu einem Money vielleicht? Ja. Hab ich. Entweder rein oder raus. Zone. Zwei Minuten. Ok. Laufen. Erstmal. Ja. Wir müssen wirklich laufen. Was ist die hinter uns? Die müssen ja auch bald kommen die von der Halle. Die Zone ist super close bei uns. Und wir haben einen guten Weg. Es wird immer noch geschossen. Ja. Genau. Es wird auch auf uns geschossen. Ja. Laufen. Ne die schießen die auf uns. Ne. Siehren wir runter. Siehren wir gerade runter. Nein nein. Die sind parallel von uns. Ich sag nur. Also wenn die zu uns jetzt laufen. Die wissen noch nicht dass wir hier sind. Wenn die zu uns laufen sind wir weiter weg. Sollen wir auf. Guck mal die stehen da so offen. Wollen wir drauf schießen? Ich lauf weiter. Wie gerade die Zone ist. Ja wir haben zu. Ok. Du bist alleine und da. Ne wo ist da? Deswegen hab ich gefragt. Ich hab ja auch nicht geschossen. Wir hätten die halt easy gemacht. Ich hab ja auch nicht mehr so viel money. Ok. So. Jetzt gibt's nen Debs die sind tot. Ich hab zwei Raketen hingeschossen. Könnt's gleich die Messages beachten. Kona hast du vielleicht Pistolmonie? Jedenfalls? Ja können wir gleich machen. Der Einer kann schießen. Oder Pistolmonie kommt noch irgendwas? Ja können wir gleich machen. Lass erstmal jetzt laufen. Sobald wir stehen bleiben. Troppt einer gleich Raketen unterwegs. Einfach rausziehen. Ja. Kann ich gleich zwei. Zwei Stück jetzt. Ich hab keine. Zwei. Hallo hier. Jetzt. Da vorne sind ja immer welche. Wir müssen vorbeilaufen wieder. haben wir das schildern sieben shotgun schuss da habe ich jetzt ab dafür seiner zeit ich will nicht über das sei dank und sei da super da unten ist ein schilddrang 50er schild in dem großen haus ich bin voll also waffen mäßig voll ist hier nur eine ist aber besser als keine will ich sagen so lange hoch da oder rechts gab es vielleicht nicht so aus wie den buchstaben tag wie die buchstaben gelernt habt oder so hätte nicht gleich mit dem da winch der unterschied ist kaputt bei dir war das halt vor drei vier jahren bei uns das ewig her ich habe mich da kann unternehmen ihr könnt sich nicht daran erinnern nee echt nicht also wenn du weißt wir haben eckenrechnen gemacht das ist wie ein mund-egg das gibt halt aber wirklich ja vor uns ist ein gegner südwesten werden beschossen das best auf gestern nachgeguckt das hab ich auch gesehen nein aber wirklich also bei uns der buchstabentag da hab ich immer geschummelt weil ich hab immer es gab das eine platt das war uekelhaft da musst du nämlich immer die buchstaben nacheinander in groß und klein nebeneinander schreiben und das ding ist ich dachte mir ich bin besonders smart und habe sie extra groß und weit auseinander gemacht damit ich schneller fertig bin und das ist ja einmal aber das habe ich einmal das level also das habe ich zu sehr gegrindet das gern gemerkt westen auf den berg den airdrop hier links von uns gleich noch mitnehmen ich will nicht durch tildet towers gehen wieso tildet towers hinter uns ja aber westen gehst noch mal ein tt vorbei was ist mit süden mit dem mit dem airdrop ja genau der landet quasi neben uns weiß nicht ob die da oben da drin sind da guckt keiner raus die werden da drin sein jaja die haben es geiles aufgemacht ja ok lass doch zum airdrop nicht drin sie sind drin eckenrechnen da werden die schüler da sind oben drin sind oben drin von links kam auch kommt da auch noch was gleich ne die müssten wir kreuzen gleich ne autosniper und mini schild die würde ich nehmen richtig sick, da sind doch granaten wenn da steckt und einer da da anrand der zone schuldig um nordost gealt delete er hält eigentlich noch also das team da sind aber einige gestorben können sein dass die relativ zeitgleich gestorben dollar Ich hab noch einen Minischild. Dann hol ich den nach, hab den genommen. Okay. Habt ihr da draußen genügend AR aufgehoben? Ich dropp einmal hier. Oh, danke. So. War das nur einer da? Ja, aber der war an sich nicht alleine. Ihr habt doch gesehen, da lagen mindestens drei Lagen da. Vielleicht sogar vier. Ja, aber er war trotzdem noch down. Kann sein, dass die danach aber in der Zone gestorben sind. Das klingt sehr close. Ist ein schönes Gebiet hier eigentlich. Wie, was steht denn da aufgegeben? Ist das immer ausgelockt? Ja, kann sein. Manchmal steht aber auch, hat sich ins eigene Knie geschossen. Das funktioniert auch nicht. Das ist glaube ich, wenn du runterfällst. Auch wenn du in der Zone stehst, kann das sein, glaube ich. Ist einfach so eine random Message. Wenn du, glaube ich, durch Welt ausgestalten wirst. Ja, ja. Oh, ich sehe sie süpfen gerade runter. Die, die auf Nord 345. Wenn wir uns hier aufbauen, der Berg ist doch gut, oder? Links hinter uns, links im Südwesten. Baut sich hier mal zum Erdorf hoch. Zwei Leute. Muss den. 33er Hit. 33er Hit. Der untere ist low. Der ist an dem, ja genau da. 36er Hit. Beide low. Ja. Ja. Da haben wir jetzt einen Erdorf, oder? Von denen. Im Norden von, ich... Wenn du Raketen siehst, lass mal bitte liegen. Ich habe gleich auch noch zwei für dich. Klar, links liegen Raketen. Ja, ja. Ich habe noch eine Scar, wenn du die nicht hast. Ich habe schon. Was war das denn? Der vor uns kommt. Dann siehst du es. 15, 30. Dahinten waren sie welche hoch. Hallo? Äh, hier ist anders. Hier ist anders da. 60er Hit. Habe ich auch schon. Die anderen sind weit weg. Wenn du nimm mit, was du haben willst. Und dann komm zurück. Ja. Ja, Mini-Shield liegt noch da. Lass ich liegen. Haben wir alle gerade 50. Ja. Hast du schon gesehen, wie viele sind kaputt so? Ich glaube, ich habe mindestens zwei gesehen. Könnten aber auch drei sein. Also, ich habe... Ja, alles gut. Äh, in der Stadt links von uns. Aufm... Aufm... Aufm Haus links außen. Ein einzelner. Zwei. Sind am hinteren linkeren Haus. Also ganz hinten links Westen. Da oben greift einer an den Turm. Der Turm wird angegriffen. Der schießt nämlich Raketen rein. Okay, die sind in die Stadt gelaufen. Lassen wir die in der Stadt etwa da, oder? Das... Das sind drei da unten übrigens. Drei, vier, fünf. Drei in der Stadt. Dann kann da oben nur noch einer sein. Dann müssen wir die in die Stadt holen. Ja, rein. Ja, dann lass die Stadt holen. Der... Die bauen in dem großen Gebäude da drin. Ja, Halle, ne? Kunde dann doch mal die Raketen, wenn du den noch hast. Jo. Zwei Stück zum... Hast du liegen. Komm mal auf geht's. Äh, die laufen weiter nach rechts, Richtung Burgerladen. Einer habe ich getroffen. Wiesel auf uns. Habe ich nochmal getroffen? Zwei sind los? Zum Dach, ja. Einer ist noch weiter rechts gelaufen. Gut, dann haben die mich jetzt abgeschossen. Die schießen auf uns, ja. Oh, nö. Ich hab vor das Leben. Also die haben auf mich geschossen, ja, aber... Einer ist noch rechts. Einer ist noch rechts. Ich schon. Ich will nicht das nur auf die Schießen. Ich weiß nicht wie viele Headshots ich jetzt schon gemacht habe. Oh, die haben halt immer Schielt. Ja. Mit der richtigen Waffe schießen können wir dann sterben die. Ja. Sowas besitze ich leider nicht. Grüne Hunting Rivals lagen jetzt hunderte rum. Hier waren die übrigens drinnen noch. Ja, ja. Leider drü... Da hinten wurde es gebaut, oder? Ja, da hinten ist nichts weg gelaufen. Einer baut hinten 346. Ich bin über die Kapuze gelandet. Kein Problem. Komm, komm, komm. Jo, die Granate hat gesessen. Der hat ein Hunderter hinbekommen. Schild weg. Ich denke, unter uns sind noch welche, ne? Die gehören zusammen, oder? Oder nicht? Ja, ja, die gehören auf jeden Fall zusammen. Einer ist vorhin schon rechts weggelaufen. Die werden noch hinter uns sein. Da, ich seh sie. Oben, 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 oben. Klaus! Ich komm hier nicht hoch. Sondern. Go! Hinter uns, unten drin. Haben alle. Ja, da haben wir. Einer noch. Äh, ne. Da nur noch der oben. Der Einzelne da. Äh, ich brauch... Was zum Hellen. Ah, ich seh ihn sogar. Norden. Oben aufm Berg. Das wäre Medipack oder sowas. Ja, da oben. Wer ist dahinter? Die liegt immer mal wieder links. Da 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 da. Bugstab, attack. Oh, er greift ihn an! Oh, no. Stopp, oder? Die Schnellschuss... Er ist aber low. Er hat einen Schuss abgekriegt. Ich hab auch nur einen Schuss. Der ist low. Der hat noch Schild. Ich hab den mit der Pump ganz voll getroffen aufs Körper. Er hatte noch Schild. Sonst hab ich den mit dem Pump ganz voll aufs Körper getroffen. Wuh! Glodeo! Bugstabentag! Äh, Kills. Keine. 4, 4, 4. Also 22 Kills. War ne schicke Runde, Leute. Wir sinds zum nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, bis zum nächsten Mal. Tschau! Tschüss! Tschüss! Gott hat mich immer bump. Jackie. 근 care! Untertitelung des ZDF, 2020